Für so 3, na guck mal, braucht 80 Pfeile. Wir kosten 3. 1 x 18, 240 Seelen. Pro Typi. Gibt man 2000 Seelen raus. Das heißt, es würde sich schon mehr als genug lohnen. Verlassen. Wir werden aber vielleicht noch bis plus 5 updaten. Hm, ich weiß noch nicht so genau. Für 1 brauchen wir 800. Jetzt haben wir, was ist, aber 1600 noch. Und dann noch 1000 zum updaten. Oder? Ne, 500. 1600, äh, so... Ja, sagen wir mal, so 2500 Seelen, die wir haben. Können wir nochmal zurückgehen. Das würde doch einiges dauern. Naja, wir haben ja so ein schönes 810 da drum liegen. Hm. Malochen, malochen, malochen. Ich darf jetzt jedenfalls nicht verrecken. Schon wieder so ein schwuler Text. Oh ja. Glück. Wirft uns da jetzt wieder was hoch? Äh, ne. Und? Kombo-Attacke! Mohoho. Kombo-Attacken sind geil. Finster-Wurz-Karten! Oh ja, hau mich einmal. Dann kriegst du voll auf die... Möhre! Kombo-Attacke! Irgendwo springt dann einer mal hinter mir raus. Was ich ganz uncool finde. Muss mal gucken, ob ich hier doch... Oh ja. Und Kombo-Attacke! Und... Und jetzt da hinter mir... Oh! Oh nö, da gibt mir voll einen mit und macht ewig... Damage! Okay, gut. Pfiuh! Gluck, gluck, gluck! Äh... Okay. Was haben wir hier noch? Ewig lange Wege, die ewig lange dauern. Hier war... Glaube ich keiner. Da können wir weiter raufen. Und da rechts sind noch drei. Hm. Mal gucken, wo der scheiß... Äh... Der grüne Kack hier noch rumliegt. Oh, hier. Oh, ja. Los! Bittst mich! Ah! Oh! Hm? 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 Ah! Fuck! Neuun! Oh! Wenn ich schon diesen einfachen Kackgegner sterbe, wie soll ich dann jemals weiterkommen? Neuun! Oh! So ne Kacke! Eine Kettenrüstung aus... Meinen Gott, ich hab doch vorher irgendwas gefunden auch noch, oder? Äh... Anzeige umschalten! Okay, aber da... ... haben wir noch Willensutatenrüstung. Hm? Irgendwas haben wir doch gefunden. Gorgelhilden! Hm... Sieh kacke aus! Mega kacke! Mal gucken! Äh... 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 Mal ab! Okay, gut! Okay, gut! Wenigstens, das geht sich jetzt schon aus! Da haben wir hier immer so'n Kackschild! Und der Helm ist richtig krass! Meine Herr, gibt uns richtig viel Rüstung! Los! Laufet! Und wir haben richtig viel Rangetypen! Bäm! Mucho grande! Die haben so ungefähr 200 Lebens. Also mit einem Schlag werden die eigentlich weg! Glocken! Hauen! 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 Kombo! Hihihi! Und ich... Hä? Habe ich da nicht einen übersehen? Oh Gott! Oh ne ne ne! Das war hier... Wo der eine... Voll von der Seite, der raus springt! Oh ne ne ne! Das war hier... Was willst du mich eigentlich? Komm schon! Komm schon! Befreie dich, befreie dich, befreie dich, befreie dich! Ohhhh! Und? Du... Kommst keinen rein! Ohhhh! Aber... Jetzt kommst du einen rein! Reingenommen! Du Pisser! Ich glaubte mir mal eben... Fast alles weg! Jetzt hab ich irgendwie... Zeig mal das Ding... Naja... Stehst du nicht mal auf! Links! Hä? Was ist links? Achso ja! Da... 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 Hä? Warum ist das jetzt kaputt? Hä? Scheinbare Wand! Leuchtfeuer! Hä? Na gut... Was? Leuchtfeuer? Die Wunde entzündet! Muss ich jetzt die Typen das hinten auch mal machen? Sieht nicht so aus! Leuchtfeuer! Hm... Irgendwie kacke! Cool down! 1510 schon! Können wir ja bald wieder zurück gehen! Hier Pissgesichter! Na los! Put, 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 put! Kommst du her? Kommst du her? Ja, ganz braves Grünlingsmonster-Teil! Bäm, bäm! 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 Und nicht Bäm! Und voll einen reingedrückt bekommen! Die sind die ersten Mobs eigentlich, die so eine Arschfähigkeit haben. Und krabam. Oh nein, nochmal, 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 nochmal. Oh. Fuck. Und nochmal einen reinzüffeln. Und mir einen mitgeben. Und endlich, ja. Lila muss klumpen. Lila muss klumpen. Ich hab so irgendwie das Gefühl, wir werden da Blutungsschaden oder irgendwas ähnliches erleiden müssen. Und nachdem wir jetzt noch ein Estosflakon haben, werden wir uns doch trotzdem da rein bewegen. Doch, dann ne. Wo schau ich denn? Ich glaub kaum, dass das jetzt schon wieder ein Boss ist. Oh, kacke. Der ist doch nicht wirklich tot. Oh, scheiße, man. Oh, scheiße, man. Oh, scheiße, man. Oh. Weg von mir. Gott, der Typ ist ja schlimmer als ein Ritter. Oh, scheiße. Wer hat irgend so'n Dieb-Bann auf mich gesprochen? Oh ja, wie das erfolgreich war. So rein gar nicht. Das wär Zeit für das Traumgeschwärm. Was ist denn jetzt? Oh, willst du mich verarschen? Ich war doch schon... Naja, ich war doch schon bei dem Kack. Was wie das tut von mir? Muss ich das jetzt alles nochmal laufen? Oh, ich hab mich doch ans Leuchtfeuer gesetzt. Aber ich hätte vielleicht auch Leuchtfeuer entzünden drücken. Fuck. Egal. Jetzt machen wir das mal ein bisschen mit Speed. Ich will hier nicht dauernd schneiden müssen. Das ist doch voll die Kacke. Ich mein, ich kann hier alle 10 Sekunden eher verrecken. Ich mein, ich weiß. Ich bin nicht der beste Spieler. Leute, die das erste Mal Dark Souls spielen, können besser Dark Souls spielen als ich. Und tschüss. Na wirklich, ohne Scheiß. Leute, die das erste Mal Dark Souls spielen, können besser Dark Souls spielen als ich. Warum? Fuck, das schreckt mich doch nicht so. Fug. Und weiter geht's. Na, komm doch ein bisschen näher. Und du bekommst einen mit. Und du bekommst ebenfalls einen mit. Das macht aber nicht wirklich viel mehr Schaden, als der andere Angriff, muss ich sagen. Dieser Angriff und dieser Angriff machen, hm, das ist nämlich gleich viel Schaden. Während der andere Angriff einmal, der eine so 50 macht, der andere so ungefähr 100. Hupen didu, hupen didu. Wir entzünden das Leuchtfeuer. Äh, aufsteigen. Entfachen. Keine Entfachen als Hülle möglich. Willst du mich verarschen? Ja, dann leuchten wir das Feuer eben nicht aus. Mir auch egal. Puh. Und der dritte im Bunde. Du musst auch noch dran glauben. Boas und Krabbäms und Krabwumms. Mein Gott, farmen wir viele Items. Wir müssten ja auch irgendwann mal besser werden, wenn wir so viel farmen. Wo liegt unser Erbe? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir um den Rundum gehen? Frag ich mich da? Und den nicht aufweckenden riesigen Ritter des Todes und Verderbens? Ja, wo sind wir jetzt? Verdammte Scheiße, nochmal! Erschreck mich doch nicht so! Du sind... Fuck you! Oh mein Gott! Du kannst mich mal! Scheiße, Mann! Du Kackvieh! Du kannst mich mal... Nein, der Fresse hat mich das Ding erschreckt. Ach du Scheiße, Mann! Ich muss, glaube ich, wieder zurück. Da ist nochmal so ein Pisser. In der Mitte durchgehen. In der Mitte durchgehen. Langsam und vorsichtig. Da kommen sie eh nie durch hier. Oh Scheiße, Mann! Lauf! Lauf! Oh Scheiße, wie viele Gegner habe ich jetzt am Arsch! Mehr als genug! Mehr als genug! Lauf, 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 lauf. Oh Scheiße! Ich glaube, die haben mich gleich so performance! Digанием Ist das ein Sechthal! Oh Scheiße, Mann! Lauf, 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 Lauf! Lauf, 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 lauf! Schnell, lauf, schnell, lauf! Wir haben zu viele Gegner am Arsch! Wir hätten uns alle lauf, 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 lauf! Willst du mich verarschen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es wird nicht schlimmer, ah, es wird nicht besser, es wird immer schlimmer! Mein Gott! Oh Scheiße! Lauf! Nein! Fuck you! Lauf, lauf! Schneller! Oh mein Gott, haben wir einen Weg vergessen! Lauf! Weg! Lauf! Weg! Lauf! Weg! 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 Schneller! 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 Ein bisschen zügiger! Ein bisschen zügiger! Oh Scheiße, ich glaube wir werden verrecken! Bezirk der Untoten! Los, lauf, 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 lauf! Lauf! Schnell! Schneller! Oh oh! Um die Koffer! Und hoch! Lauf wieder, lauf, 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 lauf! An das Feuer sitzen! Sehr gut! Gelassen! Yay! Oh mein Gott! Das war ja überhaupt nicht knapp oder so irgendwie! Scheiße, man! Ach! Komm schon! Ja, gut! Ja! Äh, gegenseit kaufen! Nein! Ja! Zweimal! Äh, Waffen verstecken! Unser Langschwer plus vier wollen wir jetzt plus fünf verstecken! Langschwer versteckt so, Langschwer plus vier! Ja! Ein normaler Stoß! Geht euch selbst, Kino! Keine von uns wollen ihn sehen! Okay, dann rüsten wir es... Dann rüsten wir unser Langschwertin plus vier zu mobil aus! Wo ist denn das Langschwert? L... Le Langschwert? Le Langschwert plus zwei! Das ist auch irgendwie cool! Und das wird auch immer stärker! Plus 50 hat er jetzt schon! 120 plus 50! Dann! Es hat 120 Schaden, plus 50. Das hat 200 Schaden, plus 0. Also, ich weiß es jetzt besser. Ach, komm schon, leg das Schwert an. Okay, ne. Wir müssen noch... Oh ja, jetzt. Lauf! Ich vermute mal, je höher das Plus ist, dass du... Ich hoffe mal, das erhöht sich im Quadrat die Stärke. Wenn man so zubekommt. Hört sich jetzt voll unlogisch und kacke an, aber... Mein Gott, wie sollen wir da eigentlich rundum kommen? Ich habe auch keine Ahnung, ob wir da schon hin müssen. Hast du überhaupt ne Ahnung von irgendwas? Aber komm, die Gegner sind ungefähr auf unserem Level. Warte, warte, warte. Wir haben ja jetzt voll viel Kacke bekommen. Äh, Elite-Ritterhelm. Hm, der ist ziemlich viel beschissener als der, wenn wir jetzt haben. 26. 23, 31, 26. Magische Appert, der aber ziemlich hoch. Oh, mein Gott. 39, Elite-Rüstung. Und 18 und... 23. Oh Gott, dafür ist der... Der Helm wäre ja richtig gut gewesen, wenn wir noch... Wenn wir den anderen nehmen könnten. 15, 15, 15, 15, 15. Ich kann vielleicht den nehmen. Bäm, bäm, bäm. Und darum ist auch nochmal ein Weg. Ah, meine Fresse. Fast wäre ich runtergeflogen. Und das auch nochmal. Und das auch nochmal.